herzlich willkommen zurück zu let's play so was wir haben uns jetzt hier ein bisschen durchgearbeitet und jetzt geht es weiter so wir müssen uns immer noch durchschleichen bloß nicht irgendwie aufmerksamkeit erregen oder müssen wir doch da unten durch wie müssen wir da lang ja 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 Oh, Gott sei Dank. Die habe ich jetzt gar nicht so als Gegner wahrgenommen. Alter! Die hatte ich gar nicht so als Gegner wahrgenommen. Okay. Puh. Äh, Moment. Hier. Ich vermute, es wird hier hoch. Ja, wir müssen hier. So, das soll dann... Ach, scheiße. Dann müssen wir hier rüber, ne? Ich kletter doch. Boah, Gott sei Dank. Was sind die denn? Ah. Da kommen sie. Wir müssen uns ja immer noch auf den Weg zum Rathaus machen. Sehr gut. Okay, das ist nur diese Kette, die ja blinkt hier und zeigt, wir müssen da irgendwie durch. Machen wir da mal auf. Oh, oh. Ich hoffe, sie hat Hunger. Oh, du hast ja was am Schub. Oh. Upsi. Äh. Ein kleines Anhängsel. Oh, jojojo. Okay. Wie kommen wir hier wieder raus? Finden wir raus? Hm. Und Malin, glaubst du bist im Leben? Ja, das ist ihre Meinung. Na, hoffentlich. So, wir müssen unsere Waffe ein bisschen modifizieren. Na ja, die Stadt erkunden. Ich wurde im Einfachsten hingewiesen. Ist doch komplett abgesperrt. Bist du da reingekommen? Ich, äh, kannte Wege. Na ja, einer dieser, was ihr Warner nennt, bist du. Und wie kam das? Verstehe. War malin bei dir? Hm. Bist du noch nicht zu sehen? Mitnehmen? Wir müssen uns hier ein bisschen umgucken noch, ob es sich irgendwo noch was gibt, was hier vielleicht noch interessant sein könnte. Gucken wir uns jetzt mal hier um. Hm. ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken ich dachte im moment nicht dass da wieder was angreift das war nur halb so schlimm das sieht nur mit einem alten museum aus hier könnte was drin sein klebeband und eine schere erstmal die dinge wo wert sind die kosten bestimmt richtig die brüder schon richtig kohle irgendwie da unten war ja noch eine tür dann gehen wir wieder runter hier oben sich das irgendwie durch ja da war wie gesagt noch eine tür da unten warte mal wo waren die was ist hier noch mal was gewesen das habe ich jetzt später in zu spiel gesehen da ist aber nichts drin nix 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 so ich bin eben durch die tür gegangen okay dann probieren wir es mal da weiter nichts okay von hier kommen wir alles mit dem frisches wasser vor allen dingen so und dadurch dass die beiden oben geblieben sind gehe ich mal von aus dass die wieder oben auch sind das wäre beziehungsweise dass wir hoch müssen also das ist eine fahne ist leider unweserlich so also sind wir hier sind wir auf dem richtigen weg schnell ich lebe ich werde aus und rum gehen wir sind hier Tess nein nein Scheiße Tess klicka na lecker Scheiße ich dachte ich krieg den erwischt das ist sogar nicht nur einer das ist das ist sogar nicht so Was ist das? Super, das sind nicht nur eine, das sind mehrere. Super, das ist nicht nur eine, das sind mehrere. Ich hoffe, dass ich ein bisschen Ruhe habe. Ich habe aber gerade nichts weiter. Super, da kommen wir nicht weiter, also müssen wir hoch. Okay. 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 so da kriegt er auf die socken ich weiß dass der doch da vorne drauf ja auf jeden fall so wie es hier weitergeht sehen wir uns in der nächsten folge an bei infamistik im zahlen hierbei bei last of us so gut speichern und bis dann